so tun ich habe gerade probepacken gemacht ich komme auf genau 23 kilo und hier sind auch ein paar klamotten die ich die nächsten paar tage anziehe so quasi das gleiche ja also man darf ja nur 23 kilo mitnehmen mal gucken muss ich noch ein paar klamotten in mein handgepäck tun wie kilo hattest du ja guck mal wie brauntoni auf dem rücken geworden ist gar nicht ja draußen wird es auch schon ein bisschen düster jetzt werden wir gleich im nächsten hotel noch mal im anrufen und fragen ob wir morgen früher einchecken können als gewöhnlich morgen geht es nämlich ins glenn nasa visitor center